Manchmal ist ein Lied perfekt, jedes Bett ist genauso gut wie jedes an derer und es ist alles unglaublich. In diesem Video geht es nicht um diese Lieder, es geht um Songs bei denen ein bestimmter Moment über dem Rest steht. Umgangssprachig, dass wir das Gute nennen könnten. Das Gute könnte ein ganzer Referenz sein, es könnte fast ein ganzes Lied sein. Aber dies ist ein Video, das die guten Dinge feiert, die sehr klein sind. Eine Sekunde oder weniger. Zum Beispiel das Rauschen im Krieb bei Funkkopf. Die Leute lieben dieses Klacken. Über dieses Gerausch würden Essays geschrieben. Sie könnten in diesem Lähm promovieren. Hier ist für Sie eine Liste der meiner Meinung nach beste in diesem Moment. Ruhm im Konzentrat. Der Zenit des Gipfels. Die Crème de la Crème der Spitzenklasse. Die Männer in Schwarz. Die Besten der Besten der Besten. Subjektiv natürlich. Die Crème des Funkkopfes ist nicht auf dieser Liste. Dieses Lied spricht mich persönlich nicht an, weil ich kein Spinner bin. Ich bin besonders. 1. 1965 Bob Dylan. Wie ein Rolling Stone. 0 Minuten und 0 Sekunden. Die Snare und der Kick. Es fasst alles großartige daran zusammen, dass Dylan elektrisch wird. Fick dich! Spielen Sie es laut! Ich werde tun, was ich will. Und ich klingt so. Wie fühlt es sich an? 2. 2019. Altersharding. So Eis. 0 Minuten und 4 Sekunden. Die Härte und versägelte Aussprache des Tee im Wort Weiß. Wird man das Tee normalerweise so laut machen? Würden Sie diese kleine Lücke lassen? Ich denke nicht. So wie sie es macht, landet das Tee auf und versteht. Die Härte. Es tut mir leid. Entschuldigung. Ein Moment. Hello. What's happening? Okay. Alright, sorry. It's not a good time now. I'm doing that music video. Best Bits of Songs thing. But I'll give you a call back when I'm done. Alright. Actually, while I've got ya. Do you think doing it all in German is... Like will people get it? Or will they just think I've disappeared off my own bottom? Hmm. No, you're right. I should have more faith in the general public. Alright. I'll talk to you soon. God bless. Ciao, ciao. 3. Das logische Lied, nicht Supertrump, aber... Scooter! Roller Dezember, 2001, 9 Minuten und 34 Sekunden. Good morning! Ich denke, das war genau das, was die Welt nach den Schrechen des 11. September brauchte. Im Namen der freien Welt war es, als würde es Gutes sagen. Herr Bandladen, du kannst unsere Türme nehmen. Du kannst unser Leben nehmen. Sie können die kommerzielle Luftfahrt für Jahrzehnte zu einer... Bein ruhig in der Unernehmlichkeiten für die kommenden Jahrzehnte. Aber Techno wird man nie nehmen. Good morning! Für Marvin Gaye, 1982, sexuelle Heilung, 3 Minuten und 55 Sekunden. Das wird Masturbieren. Masturbieren. Zu Onani. Und ist es nicht leicht zu hören. Suchen Sie nicht die Musikvideo danach. Es ist nicht da. Wenn Sie Spotify hören, wird es mögliche Weichersufru ausgeblendet und in... Was ist los? ...übergegangen. Sie fragen sich, was ist los? Ich wollte gehe die Selbstbefreidigung an Drang am Hören. Wir, Lord, hausgemachtes Dynamit 2013 des Synthesizeich bei 0 Minuten und 38 Sekunden. Ich weiß nicht, warum es so gut ist. Ich hörte es zum ersten Mal mit meinem Freund Sam und seinem Auto zu. Und als wir es hörten, sagten wir einander. Oh, das ist fantastisch! Warum ist das fantastisch? Das überlasse ich den Akademiken. Ich bin hier unum die Realität. So birchten. Nicht um die Vivisektion. Sex. Denzel Curry. Ultimate. 0 Minuten und 11 Sekunden. Das Stück, wo er hingeht. Die Kürze soll der End des Videos sein. Also müssen wir schnell. Schnell. Und jetzt das Finale. Die Fantastischen. Die Fantastischen. Die Fantastischen. Die Fantastischen. Die Fantastischen. Die Fantastischen. 14 Wählen. Kanye Westfied speziell Chris Brown. 2 Minuten und 5 Sekunden. Chris Brown ist ein Frauentreiber. Er wurde wegen eines Hit and Run angeklagt. Er scheint mehr Leute angegriffen zu haben, als ich warmes Amidessen hatte. Er soll gedroht haben, Frank Ocean zu erschreiben. Son. Ihm würde die Einreise nach Australien, Großbritannien und Neue Zeeland untergesagt. Warum ist immer noch ein bänkfähiger Star? Weil er die Stimme eines Engels hat. Der Mann singt so schon, dass seine Karriere durch einen Sirmand an Kinder gestoppt werden könnte. Und selbst dann müssten als besonders charismatische Kinder sein. 15. Fieldman von Kate Bush. 2011. So viele lustige Wörter. Aber keiner macht so viel Spaß wie der Namensgebände Wildman bei 0 Minuten und 54 Sekunden. Wildman. 16. Nelly Furtado featuring Timbaland. Promiscuous. 2006. 1 Minute 37 Sekunden. Diese gewaltig kleinen Backing-Vocals sind so hart. Es ist als für Anton Werberne. Wie Bengelgründen würden, wusste aber, wie man runterkommt. Boogie. 17. Viele Künstler, viele Daten, viele Scheibstempel. Moon River. An jedem Punkt sagen sie die Wörter Huckleberry Friend. Es ist in jeder Inkarnation des Songs gut, egal wer es sagt. Frank Sinatra. Huckleberry Friend. Carla Bruni. Huckleberry Friend. Louis Armstrong. Huckleberry Friend. Andy Williams. Huckleberry Friend. Ich könnte weitermachen und würde es tun. Aretha Franklin. Huckleberry Friend. Audrey Hepburn. Huckleberry Friend. Paul Anker. Huckleberry Friend. Eine Ausnahme, Frank Ocean, der das Wort Huckleberry in seinem Cover einfach nichts sagt. My Friend. Schäde, Frank Ocean. Das ist nicht unbedingt etwas, für das jemand urschossen für den Soldat. Aber es ist immer noch ungeheuerlich. Und das auch schon. Aber, natürlich ist für alle diese Momente Kontext wichtig. Es ist ja nicht so, dass man sie alle einfach zusammenmunzeln und wirklich den großen Song aller Seiten kombinieren könnte oder ist es? Ich ging zu einem Pop-Musik-Radio-Sender um das herausfinden. It's Johnny and David for your Friday morning here on Fresh 92.7. We are joined by James Donald Forbes McCann, who is a self-proclaimed writer, stand-up comedian, composer, poet, essayist, critic, rapper, copywriter, motivational speakers, social media influencer, radio presenter, self-help guru, captain of the industry and now the next David Guetta. But let's not have on that list Fresh FM breakfast announced. I said, yes, I asked. They demanded the Fresh FM job. I thought it should have been mine and I didn't get it. I thought you were a good shout too, mate, to be fair. We all did. What you're here for is the fact that you want to launch a brand new career, the single greatest piece of music ever recorded is how some people are describing it. Right. Who are these people? Me. Good. Okay. So we're going to have a listen. I am concerned this is going to be a bit earnest and it's going to make us all very uncomfortable. Earnest? If by earnest you mean open up the floodgates of your soul and let the truth flow out. Yeah, baby. All right. All right. Well, Fresh does find it first and we've got a brand new E right here from James McCann. Here it is. What is this one called, James? It's called The Greatest Song of All Time. Great. All right. Let's see. Good morning. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Huckleberry Friend Huckleberry Friend My God, we were a bee's dick away from James and Davo. I don't know how that would have gone, man. So James, really, this is, after hearing this one, people are going to anticipate the second song, of course, aren't they? Anyway, is there any plans to make another, or have you just peaked? The second song goes for 35 minutes. It's called James Donald Forbes McCann beats the steady and relaxed.